Ah ok warte ich warte kurz ich muss mal safe sein Was machst du denn alter? Ja warte ich muss ich... Jetzt kann man schon kaufen Wer ist hier bei mir im Auto? Ja hinter uns Digga meine Fresse Also muss ich nicht richtig gut Warte nein 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 Er schießt nur um User joined the channel User joined the channel Ja ja Oh Gott Laut Antinios User was not out of your channel User was not out of your channel Lalalala Wer ist der Dude alter? Wow Creasy hat einen Hyping von 722 Ich also ne nur Patron und ich Achso Ich hab auch ne 45k oder so ne Soll ich ein bisschen investieren? Ah warte ich guck gleich dann sag ich dir ob es sich noch launch Also ich hab grad wieder rein investieren und das ist grad wieder hoch gegangen Ich glaub es ist schon wieder zu hoch So bei 1.000 950 kann Bei 1.000 Ne Ok warte warte Ich kenn mich ja gar nicht aus 100 lohnt sich zu investieren ungefähr so 9600 Autos Warte jetzt beim Live Invader etwa oder nur beim Tuner Wenn ich schon nur durchsinn kurz beim Live Invader wegen ein Auto Ja ich muss da erstmal Geld auszahlen aus dem Live Invader 130.000 Und dann ähm Fahren wir zum Tuner zu Scully Und dann kaufen wir Camacho dann den Patronin so lange bis Ah Da ist absolute bis zum 3.1 hast du denn dann Ist der so lange jetzt weg? Ja ja seine Freundin also Lena ist bei ihm zu Hause Ah easy ok schön Ich weiß Vielleicht kommt doch das Oh 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 Links Links Bloß los gehen Jetzt macht man gerade aus da vorne Wurda die Sonne ist am Blenden, ne ich geh kaputt alter jetzt als links hat einer sonnenbrille so also dass sie nicht investieren nulix ein berniger bist du was machst du kommst du kannst dich rein der hast du kannst du im story modus doch 100 prozent gespielt ja wenn du er bist du woher kommst du was machst du so die andere tür kommst vorne wohin die wir hier ja die ich dann muss ich dann auszahlen wieso hat ich hab doch ein save game drin was auch schwierig spiel vielleicht deswegen also ich habe das gute 30.000 drinnen im leite seine erfahrt oder 136 130.000 auf 128.000 reinstecken relativ teuer so ihr macht nicht mehr so viel plus aber das dritte man könnte noch investieren aber wer noch die wochen scheiße abzuholen hochwertig da ist hier noch da ein bisschen investiert ich habe keine Woffels mehr was auch so, du weißt nicht NSD besser leben oder so, ja, hab ich dabei geholt Nuligs investierst du? oder jetzt geht die Disco hier richtig ab, alter hab nur ausgezahlt, aber, hä, warte mal, bist du jetzt die Tonnein? ja, wenn nicht, ey, Dante was denn? CP doch mal links, kommst hier rein, der kommt nicht rein ja, echt? ja, dann da bin ich para, jok, jok ja, wenn sich doch eh nicht lohnt, dann brauche ich mich rein ja, aber wenn sich doch eh nicht lohnt, dann brauche ich mich rein hab ich schon, mach geht nicht ja, also du kannst 9.750 ist immer noch relativ niedrig so ja, da also es ist noch relativ niedrig so ja, bei Lester hat der Wurensohn wo ist halt dann? hier, keine Ahnung, ich kann nicht immer schicken ach, ich bin schon Level 8, Wahnsinn so, und jetzt, so, lass mich mal gucken äh, Patron, komm mal mit, please wo hast du kurz, Konto ne, let's go wie mach ich das denn jetzt? erklärt mir das jetzt einer? das musst du nur durchs erklären, egal auf den ganz rechten Reiter oben, den es gibt Konto Konto, okay und dann kann, müsstest du kaufen können 1.0 vielleicht gib mal 1.0 an dann auf Kaufen Benno, bist du auch hin zum äh, 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 im Wälder? jetzt müsstest du 1.0 haben, oder? ich mach mehr, was? dann geht's hin, Alter dann geht's hin, Alter Jona was hast du, Dante? äh, Benno, komm mal hin zum, äh, Juwe, der ist halt auch ein bisschen voll ja, wollen okay aber warum ist meine Karre schon wieder so langsam? und wann kann ich das auszahlen, wenn der auch 10 ist oder so? ja, und jetzt musst du noch auf den zweiten Reiter gehen, also den in der Wetter ja und da musst du jetzt für, je nachdem wie viele du gekauft hast ich glaub 5 das heißt, du gibst jetzt 5.0 ein äh, und dann auch gekauft okay, hab ich gemacht und jetzt hat der da gesagt, dass du die gekauft hast? ne, keine RVC-Dollar hat der ne, dann hast du, dann hast du vielleicht 0.5, hast du, guck mal 0.5 ähm ah, ich hab 4.8 ja, okay, dann musst du 4, also 4.8 eingeben ja, aber ein kleines Problem, 0x und Benno ja, hab ich okay, warte mal, ich muss mich hier kurz konzentrieren ganz kurz, okay? ja, hab ich ja, und jetzt hast du das investiert, aber merke wie viel da jetzt steht also, wie viel das wert ist, okay, ich bin ganz kurz mit Ganti als Patron die klauen jetzt den GTO, komm, auf geht's ja, warte, ich muss doch den Camacho annehmen, oder? oh, der hat doch einen hey, ich komm hier nicht raus, ich muss erst mal einer rausporten ich kann uns viel machen ja, das auch ja, das auch Ganti, der kauft den Camacho, den ich ihm verkauft habe, ne? also verkauf den weiter verkauf auf die zwei Karre, danke, IG nebst du noch, Benno? äh, die Arscher, die haben den Tuna leer gemacht äh, die Luve ja, du bist da du bist da ... ne, aber auch aus dem Waffen-Truck. Ich freu' dir mal. Äh, Raro, sag mal, Bruder. Noch ne kleine Info für dich. Du hast ja jetzt schon die neuen Regeln gelesen. Swing snipen ist verboten. So, auf geht's. Casino muss noch schön sein, Allah. Und hat Bockst du, um den Komet Reto Kassen zu fahren, aber die Teil ist auch, hat ihn ausgefahren. Komm, komm zum Casino-Sami. Natürlich, ne, die Hood ist am perfektesten, um alles zu machen, ne? Welches Team seid ihr jetzt? Blattbart. Broke. Broke ist immer Broke, weil er die Switchen muss. Denkst du nicht. Bei mir grad, ne, den Krieger'n Spoiler dran zu knallen, ne? Du, ich war vorhin einmal, äh, kurz bei dem Blatt. Ich bin da im Camacho. Für die nächsten Tage. Ja, der geht an, ne? Wer hat jetzt einen Camacho? Ja, Part 200 jetzt einen erstmal. Warum? Ja, weil ich den für keinen gekauft hab. Äh... Ja, kein Abel. Kein und Abel. Fahrt mal hoch, äh, zum Waffentruck-Abgeber. Fahrt mal den mal ab. Der Waffen-Tabster irgendwo am PD sein hieß es. Was? Was? Boah. Irgendwo in einem PD sein. Warte, was macht ihr? Also da war mal wieder einer lost gewesen. Kannst du nicht noch, okay? Stammer. Ne, continue. Oh, guck mal, shoot it catch him 17. Jericho, du Wichser. Was denn, Junge? Warte auf mich, Mann. Ich hab nicht gesehen, dass du da warst. Halt jetzt an. Und hier, kann ich Revolter fahren? Ich will mitfahren. Ich will mitfahren. Ich will mitfahren. Ich will mitfahren. Komm mit. Ja, der ist aber und da musst du ziehen gehen. Ach ja, stimmt, ey. Fack. Weil kein Teile, ne? Ja, du fahrt ruhig Revolter aus. Ich hab einen Rhein noch, oder Revolter. Aber die Fahrt den gerade hatte. 200 Knoppert. Und ich hab ihn gar nicht. Ja, nicht wegen dem Kamacho. Ich wollte mir einen Viertürer holen, diesen Geist, äh, keine Ahnung. Ja, aber lohnt sich nicht zu kaufen, ohne zu krönen. Ich könnte mir einen holen. Ich hab mal früher einen Kohl gezählt. Du brauchst Fahrzeugteile, oder was? Ja, ja. Ja, was, was? Hat das alles geklappt mit dem Sebastian? Ja, hat geklappt. Ihr müsst mir nur irgendwann mal sagen, und mich dann da reinfordern. Ich komm ja nicht mehr rein. Ja, ja, ja. Ich sag dir Bescheid so. Wenn wir, wenn verkaufen lohnt. Ich hab das immer auch. Ich hab einen Link reingeschickt. Ja, ich hab jetzt 40... Ich hab 40.000 rein investiert. Ah, ja. Was? Ich bin sofort zu laufen. Ich hab unten einen Link reingeschickt in den Impulsivspeak. Okay. Dann könnt ihr gucken, den Live, den Kurs, In-Game auch. Weil es ist der Live-Bitcoin-Kurs. Also. Ich hab einfach mal wie immer da hinzuschauen und dich reinbrauchen zu lassen. Und die ganze Nick, mach dich da mal Platz jetzt. Ich könnte jetzt wenden, denn der Waffenfraken ist gleich unter der Grove. Zum wie letztes Mal. Ja. Da kommt der Waffenfraken. Der Zweifel? Ja. Der Zweifel? Der Zweifel? Der Zweifel? Der Zweifel? Der Zweifel? Ja. War das nur ein oder zwei? Okay, ich bin zwei. Was ist der Waffentruck noch unten am PD? Ja, ich bin auch da. Da sind noch mehr. Ich hab zwei geholt. Oh, ich geh wieder rein und fuck die ab, Alter. Naja, mach was. Ich bin drin. Waffe, Junge euch. Warte mal, einer kann rein. Warte, Mann, oh ey. Oh, Digga, wo war ein Digga? Ich hab ihn in die Streifenwagen. Kann man den immer nehmen, den Streifenwagen? Der hat Shadiko immer. Mhm. Er hat den aber halt ge-edit bekommen, immer mal. Also du kannst den nicht nennen. Also der Waffentruck ist noch nicht abgegeben worden. Ja, Digga, wollt ihr echt drive-by'n, Alter, ihr Idioten? Komm dran, Alter. Nee, nee, die bleiben da. Fahr langsam, fahr langsam. Sag mal, wenn ihr wieder da seid, ne? Dann komm ich raus. Du fahrer Zoo, säftige Herze. Der hat 150 AP, Mann, da drin. Ja, 50 hat der. Der hat glatt'n Ding. Hä? Die sind ausgefunden. Herzo darf die Game Brown. Hä? Der Waffentruck? Ja. Wie war der eben gerade da gewesen? Da waren keine. 8 AP. Wer hat 8 AP von euch? Keine Ahnung. Null. 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 Da war eine kurze Tierbox, ne? Mhm. Wie der Streifmarkt. Können immer noch auf dem Parkplatz sein, oder die sind weggegangen? Ich weiß noch nicht, die mir ein Streifmarkt für 40k gekauft habe, Alter. Ich hab den hier nicht, für den Pfifter, aber. Den hat mir Remo mal geschenkt. Okay. Den habe ich für das war das Pfifter und Iode, glaube ich, getauscht. Ehh, Thomas oder der Minister. Oder ich kann nicht einsteigen. Thomas mit dem Haar in der Mitte irgendwo. Ja. Ich kann nicht einsteigen. Ich kann nicht einsteigen. Gar nicht zusammen, der ist bei Revive Nation. Ich träge ein bisschen. Ja, genau so. Ja, das ist eigentlich das gleiche. Was? Ich wechsle sie miteinander. Aber Camacho, das ist braun. Hä, sind jetzt vielleicht sie nochmal? Ja. Ich kann mir meine Karren nehmen. Ich fahre, Alter! Fick ihn weg. Fick ihn weg. 50 HP. Ich hab ihn. Ihr seid noch Arschlöcher. Ja, das ist einfach wie Wagen. Das Auto ist schon eklig. Also auf dem Parkplatz sind die Leute. Pass auf, ne? Ja, ich seh sie. Die capten vor dem Casino. Nolex. Auf der Auffahrt vom Highways. Krachbass habt doch alle so einen Hohlkopf. Das ist so widerlich, Digga. Alles Krachbass immer. Ich beantrage bei dem einen Bulldozer. Einer ist los an der Autobahn. Kannst ja auch mal ich machen, Jericho. Piss dich, Junge. Man kann leider keinen Kilo kalt machen. Der wäre recht dabei gewesen, wie das. Einer ist tot. Wir haben ja schon 7 mit durch. Dann nehmt die Einer. Ich nehm hier Revolter schon mal. Habt ihr alle Tasche? Nein, ich hab keine Ahnung. Warte, ich komm mit weiter. Dann fau mal ein Stück vor euch. Wir sind mehr als 4, oder? Ne, wir sind 5. Ne, der hat gefragt, wie man Re-spawn kann. Ah ja, guck mal. Ist das gleiche? Ne, meinst du selber ein bisschen. Quisi hat einen Heidling von 354. Ja, so kann der auch re-spawn. Ben, Ben, besser als 722. Hey, guck mal, haben wir die gleichen Felgen drauf? Ich hab die 7er Felgen. Vielleicht? Ne, ihr habt nicht die gleichen drauf. Nein, ich hab die 8er Felgen. Ich hab die 7er. 7er, Junge. 8er, ich hab die 7er. 9er wäre die beste. Also, ein M8 ist besser. Aber 7er, BMW schon. Eigentlich hätte einer bei Nullex einsteigen müssen, dann hätten wir auch gebrodert worden. Wie, Bruder, wenn man ein Auto kauft, dann ein Mercedes. Ja, wartet, wartet. Nein, BMW, Sef. Was für BMW, Pist, ich mach immer Mercedes. Digga, Junge, bist du Rentner oder bist du Taxi-Fahrer? Ich fahr ein Audi, Digga. Du Rentner oder Taxi-Fahrer, Jericho? Bist Lastkraftwagen-Fahrer, Digga. BMW, Digga, bring mich weg. Fuck, Jo. 1.1, ja. 1.1 Schuss wegen der Autobahn. 1.1 Schuss wegen der Autobahn. Ja, du fährst auch gleich. Ich fahr Audi, Digga. Wird das nicht gerade getestet? Ja. Kommt ein Fein, da kommt ein Fein. Kommt ein Fein, da kommt ein Fein. Ja, das steck ich ja bei Data an. Sehr gut. Wartet doch, Sammy. Ich bin da. Wie geht das? Ich bin schon am Casino. Ja, ist das Satmos geworden, Digga. Alle haben die Farbe drauf, Digga. Was ist das? Ich hätte dir auch schon auf meinen Paragon. Boah, hier alle damit angefangen haben. Piss dich, Digga, was du alle angefangen hast. Ja, Digga, damit kannte ich dich nicht. Ich hasse dich immer noch sowieso, Junge. Ich hasse mich da VDM, Alter. Wie nennst du ihn? Uschi. Kann sein, dass es Growth hier ist. Ja, links, 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 links. Geh, na, geh, na, geh, na. Ja, ich nenne den Juraiko, Mann. Das ist egal, Digga, alle nennen mich. Entweder nennen wir den Kiriko, Juraiko. Und Juraiko ist wahrscheinlich da. Und der ist fast down. Nenn mich einfach für deinen Vater. Ja, okay. So, Daddy. Spielen die meisten hier schon mit der Version 1.1 hier auf Revive? Nein, geht noch nicht. Test-Server. Wer ist denn da gerade unterwegs? Können wir das sehen. Wird nicht bestremen. Wenn, dann müsste das Jess vielleicht. Ah, Jess ist glaub ich nicht live. Da kann ein paar von so eine Arbeit machen. Ist, ist Green nicht mit drüben? Du willst ein Leyten, Digga? Guck mal, der Auto da ist. Ja, ich hab Bock auf einen Shotaro. Äh, guck mal, Green ist doch nicht live. Ja, guck mal, den hab ja auch eine Shotaro, ne? Guck mal, der echte Auto immer in dem Donet, oder? Ja, du schenkst ihm 5 Subs, und dann kannst du dir was aussuchen. Ah, Selena will ich den Shotaro? Ehrlich jetzt? Ja. Hat auch einer. Einfach geil. Ein Hitman-Camp. Ein Hitman-Camp, ich bin low. Ich bin low. Hinten bin dachte ich gar nichts, hat sie nichts zu tun. Ich nehm den heißen Hitman-Bauktimmer. Ich hatte 1 HP, Mann. Das ist ein Cop, Digga. Er hat später vor. Der sah halt schwarz aus, oder? Wo ist eigentlich der andere Revolter hin? Kann mir das einer erklären? Ja. Geht nur um Schwanze. Da kommt mir der Kamotsch, Digga. Der rüsst es nicht, komm. Der hol mir jetzt mal ein Kill. Schießt doch! Ah, was hab ich denn? Der hat ja für ne Waffe gehabt. Da kommt ein Centauno da vorne, allein die Autos. Zack, 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 zack. Was hatte ich das gerade für ne Waffe gehabt? Handpackons, schnell kein Zollof! Fahrtabach. Links auf dem Parkplatzbeiner. Bist du gerade losgefahren, Benno? War das Benno, der bei dir im Auto saß? Warum merkt man das, Alter? Ja, Bruder, das war eine Luft. Was soll ich denn machen, Digga? Er war zum Beispiel. Das ist Benno auf dem Disco. Gut, schon ein von uns. Ja, Bruder. Okay, warte, dann gebe ich den Waffe. Ah, nee, du hast den Waffe gefehlt. Er hat mich richtig gefickt, Alter. Ich bin hinten in Afrika. Ja, nee. Nee, Digga, ich seh doch deine Karma. Wo ist der ist, Alter? Was denn, Digga? Der hat mich jetzt alle vier, wenn die aussteigt. Hey, guck, 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 guck. Hier kommt die neuen deutschen Cops. Ja, jetzt hast du schlechtes Gewissen, was wir gehabt haben, ne? Nee, verstehe. Ich bin auch, wenn die Tasche nimmst. Hier kommen die ganzen neuen Cops. Bruder, guck mal, wo ich hinlaufe. Wohin? Hä? Was ist das? Hä, was passiert hier? Hä, wo ist der hinten? Bruder, er steht in der Kante, Alter. Er will Garage ausparken, Alter. Steig ein. Jo, ich steh jetzt draußen. Steig ein. Ich will euch was zeigen. Alter, zwei rotere Beuter, Junge. An dem Platz, wo sich meine Leute rumtreiben. Das geht, Digga. Ich steh draußen, Digga, Alter. Vor das Auto, die ganze Zeit. Rechts, Digga? Jetzt bin ich drin, jetzt bin ich drin. Ey, du Wichser! Steig ein. Ey, nein! Jawohl! Bitteschön. Ihr habt da Platten, wenn ihr unbedingt wollt. Du hast mir den Dings die zwei Platten geschossen. Ja, kein Ding, Digga. Ey, Mr. Steig ein. Ich will dir nichts zeigen. Ey, Mr. Ich will dir nichts zeigen. Das war doch von der Grunde. Das war doch von der Grunde. Was wir sagen, ne? Wow, das ist leicht. Oh, das ist schlecht. Das sag ich schon! Das sag ich schon! Ich muss uns bedeckt halten. Sag ich jetzt... Sag ich jetzt bloß... Sag ich jetzt bloß nicht, äh... Jetzt war es schon wieder los gewesen. Das hast du schon wieder vergessen. Hä? Ey, ich kann nicht reinkommen. Ja, ich auch nicht. Wow! Brown wahrscheinlich grad auch nach 24er Streak. Ja, dein Leben hat... Leben hat keinen Sinn mehr, Alter. Ha, 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 ha. Wird ich jetzt mal so schätzen, ne? Ja, das testet der auf dem Test-Server. Du echt? Und nicht auf dem echten Server. Ach komm, aber rauf damit auf dem echten Server. Wir brauchen keinen Test-Server. Ja, was das denn? Ich hab new connections right now. Connected wieder. Hallo. Taft so in den Platz. Nein! Connection. Geht da gar nicht. Ey, Owls. Äh, konntet ihr gerade connecten? Ja. C, ich bin dabei. Wollt ihr mich verarschen? Du musst halt warten, wenn sich da alle einloggen, ne? Nee. Bei mir sagt er nix. Ich glaube, das... Ja, mach auf eins vielleicht. Muss auf eins vielleicht. Ja, ich bin drin. Meine Farben sind so gefickt. Da steht ganz ein Fehler. Bitte kurz aus. Ja, es connecten zu viele Leute. Loading Package List. Sami, du bist drin jetzt. Seh ich gerade. Hey, was weißt, was schade ist, man hat keine Sonn... Man hat keine Sonnenbrille. Was? Kann man schon, okay. Ich starte... Ich starte mal alles komplett neu. Fangen wir... War mein Vorpatron? Ja, du Angeber. Fick dich, ich schieß gleich einen Platten. Hey, wir fahren einfach mit zwei, kann man schon aus. Hey, Sami hat wie ein normales Gesicht. Hey, Sami sieht ja normal aus. Sieht jetzt aus wie ein Obernazi, Alter. Was heißt das? Es geht nicht. Es geht nicht. Oh mein Gott, Alter. Hallo, was ist denn mit euch? Ja, ich hab auch einen Platten. Jo, ich hab gleich komplett Platten, Leute, wenn ihr so weitermacht. Ja. Ist kein Problem. Ich hab auch einen Platten. Ich hab auch einen Platten. Ich hab auch einen Platten. Bruder, Alter, ey. Wir haben alles. Hey, wir fahren. Du lustiger. Ich hab auch Platten. Hallo. Ich hab auch einen Platten. Hallo. Digga, ich hab vier Platten. Ist so ein Bluff. Mitten in der P, beendet den Server, man. Ja, ja. Bär der P, Digga. Ich höre, es dir geht gar nicht, heute. Du willst nicht mehr Platten heute, oder? Hä? Hä? Hä, warum sitze ich wieder auf dem Fahrersitz? Ja, so ein Ding ist das, Bruder. Ich hab aber auch keine. Ey, wie Platten habt ihr heute? Ey, Digga, ich hoffe, ich hab den Kabacho noch. Ach ja, ich hab den gerade ausgepackt. Alright. Ich bin so lost, Digga. Ich bin so lost, Mann. Lenkst du so mit BSD, ne? Ey, Digga, ich bin manchmal echt so lost. Nein, der hat ein Lenkrad. Der Lenkrad, Digga, ist helft. Der spielt mit so vielen Lenkrad. Oh, Alter, ey. Ich pack nicht weiter aus, Alter. Ich hab Dings, äh, Wii U. Echt, Digga, so weit, du scheiß Witz. Alter, wieso dauert die erste Rage bei mir so lange? Ja. Oh mein Gott, komm mal, wer online ist. Take to case auf AMG, oder? Sag ehrlich. Oder wir sind mehr am drehen, wie ein Beyblade, wie wir fahren. Nei! Da muss man ja auch irgendwie durch die Kurve kommen, hier. Äh, geht an der Hacken, Jungs? Ja, du, du, du doch. Ich hoffe, ich geh auch weg. Da ist ein LZNler gewesen. Jetzt hat man dann verschlagen. Ich kann jetzt, komm her. Ach, ab in die Küche. Ab in die Küche. Steigst ein. Vergesst das nicht. Ach, ja, dann. Ich meine, natürlich, hier die Küche und dann, wir können jetzt am Kochen gehen. Aber wenn wir jetzt am Kochen gehen, ist das gut für die Gemeinschaft. Was wird da jetzt am Hängen? Hä, was ist das mit dir? Ich bin am Hängen. Ich bin am Hängen. Ich bin der Schwachste, Digga. Wenn ich jetzt zum Typen sein würde, gehen die Küche kochen, Digga, jetzt auch nicht. Hier, aber kochen. Doch, ab in die Küche kochen dürfen wir uns auch. Hab Hunger. Ja, genau. Bei mir steht da, als wäre er tot, ne? Oh, ja, stimmt. Ist das doch bei mir so gerade? Ne, neben mir auch. Komm, komm, ist da weg. Komm. Komm. Ich weiß, was du machen wolltest. Was denn? Ich weiß, was du machen wolltest. Guck noch da. Das ist alles gut. Ey, wo ist eigentlich mein Soundboard? Da hatte ich so ein geisteskrankes Video von mir drauf, Alter. Da hab ich richtig einen Zweig gespuckt. War richtig räudig, Alter. Ey, wie hast du überhaupt Ohrringe an, Digga? Wie mach ich das? Das ist bei den Klamotten, wo du das Oberteil wechseln kannst. We love to entertain you. Du kannst Ketten haben oder Ohrringe aufzunehmen. Ach, den Klamotten! Alter, du musst nur entscheiden, was dort... Was ist das bei den Klamotten? Alter, habt ihr... Was habt ihr genommen? 3 Bargast. Was habt ihr verdammt nochmal genommen? Ja, ihr seid die geilsten, Alter. Das ist schon Rekord. Ey, mach mal das Lied aus, Digga, bevor ich euch hier ausrasse, Alter. Prozent Prozent aber woher kommst du? Steig ein ich bin dein Vater ich will dir was zeigen die Küche in denen sich meine Leute rumträgen oh das tote Snack wenn mich steht da noch in der Garage, hast du noch einer? hast noch einen Snack ist down, ist down, ist down versteck auch das Snack auch toter Snack was für Plebs man, alter, get down Samy, deine Dings ist noch hier für eure Wolter wir halten das so lang hier wir sind schon am Highway kommt einer, kommt einer, kommt einer wir sind Intercity Highway hier durch hier in deinem Kopf mit der Südstrauer er ist ausgestiegen, einer ist bei der Palme das hört sich schon wieder so komisch an bei der Palme der mich da am Ecklitschen ist, Digga, es ist doch widerlich der ist bei der oh, guck mal, Wolter hinterfragt direkt, was du tust, alter der ist bei der Palme ey, da läuft ein Trip auf der Street hinter uns, haben wir hast du es gesehen? ne, ne oh mein Gott da, und jetzt warte noch ein Stück hoch, noch ein Stück hoch, noch ein Stück hoch jetzt Bruder, du fickst mich, kommt, Digga Bruder, du hast mich so gefickt, Digga hast du alles schon gesehen? du hast mich anders gefickt ey, wo ist der denn? Digga ja, moin das war mein Bad, Digga der überfährt mich noch, alter ich hab sogar, ich stand sogar ich hab schon wieder ein Gäste ich hab schon wieder ein Gäste ach, der ist hier jetzt auf dem Marktplatz, ihr Idiots mann sein ich seh'n ich seh'n ey Bruder, ich hab jetzt in der Viertelstunde eine Tasche weggebracht ich hab mich auch, Digga, das kann doch nicht sein, Mann der Gäste ja, nice meine Große meine Große dazu wird mal eure Plasche hier die sich überall verteilt naja, 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 naja naja, naja ich bin scheißegal, ich lass euch jetzt mal liegen, ich bringe mal Plaschen weg jetzt wir machen Partie wir machen Partie ja, das stimmt, das Lied für mich nicht mehr ne, das wird Katschen vor der Meile, ne wir machen Partie beim Kasten beim Kasten der Gäste äh, im Casino ja, und lass erstmal hier die Taschen aufheben jetzt hier, das ist meine ey, wir kommen, wie oft kann ich die Scheiße denn holen hier? Dante willst du nur in die Kiste kommen? komm, Dante, komm nur das, lauf na pack dir zu den Revolter, wir müssen zusammen rumfahren, alter ja, aber ich muss erstmal ins Casino reingehen Lass mir raten, ihr seid wieder Blatt auch, Digga, unten an der Autobahn Also Perkot braucht keine Kram, ne? Mir scheißegal. Ich werde 1.5. Ist auf Co... Platz braucht noch diese eine Hose, was Co. hat halt, ne? Der ist auf der Autobahn. Der Patron auch? Ja. Wolfie down? Kleiner Pleb, Digga. Dein WSD-Swam, Digga. Ich bin bei der O-Hund. SC1 14K können wir. 100 Anspruch-RP gemacht. Äh Leute? Ja? Jess macht einen Live-Stream für 1.1. Jetzt steht mal Link. Ja, wollte ich gerade sagen, Link mal. Und? Ey guck mal, da könnt ihr gleich was Subs ein-donate. Oh, hier, da ist das. Warte mal, ich komm mal hoch. Bei Dev auch, sagst du? Da geht's einfach. Wie viele Leute ist das in der L-Channel? Hallo. Linken, Linken, we need the Link. Ja, was denken wir, was ich gerade mache? Oh, Digga. Russisch, Junge. Muah. Digga, Russisch ist richtig geil, Alter. Ähm, wir haben auch. Ja? Geil? Sie auch Russisch? Hm. Ey, der ist ja gar nicht. Ey, der ist ja gar nicht. Der ist ja gar nicht. 1 zu 1 scheiße da. 1.1, ja. Was soll, was soll besser sein an 1.1? Hier, Jess oder was? Der? Da ist doch ein Link im Channel. Das war Leder. Oder? Achso, ja. Ja, sehe ich. Ja, ich habe den TeamSpeak gemuted, deswegen ich höre nichts. Ja, egal. Der hat einer hoch, einer hoch. Oder ist er von uns? Einer ist auf dem Dach. Oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Nein, bist du nicht? Doch! Ich mach doch Spaß. Krieg dich jetzt deswegen. Wo bist du? Der da. Ja, welcher? Der hat dich angeschlossen abgarten, warst du? Mal schauen, was das 1.1 dann bringen wird. Also, wenn du Autos wollt, bist du jetzt bei Jess? Ja, ich bin noch schon dabei, Mann. Wie sie alle an ein Auto kleiern? Kannst du noch 10, wegen Street Retro Custom? Ich würde dir die sogar abkaufen, ne? Kaffe. Eigentlich haben wir es immer noch vor Blackout. Ah, besser ist es. Wie viele hat der da reinge... Bruder, wie ist Eilgamer reich? Was das denn? Ja, Eilgamer ist Schweizer, oder? Ja. Der Eilgamer hat schon 200 Satz reingenehntes. Eilgamer hat 304 Gifte und Satz. Eilgamer zwölf Kapitzen. Bruder Eilgamer, Alter, und da macht ihr bei mir auch gealter. Ja. Ich hab auch kein Pollower gedacht. 304. Und dann wird es mir auch geholfen lassen, Digga. Ja, voll traurig. Ey, Wago, Wago, blem schieb, blem schieb. Bitte den, äh, Dings, Elektro. Also, wie eng der denn? Nein. Kann ich nicht drauf? Ich muss erstmal selber abonnieren. Habt ihr den nicht gesehen, Alter? Was los mit euch? Gott, Alter. Wir haben auch Idioten vertraut. Wir haben auf uns Butter vertraut. Immer wenn ich hier diesen... Ich glaube, was ist mit denen? Immer wenn ich nicht traurig bin, trinke ich einen Korn. Ich geh gleich kauf und fick ich den Typ, meiner. Ja, ich bin doch in der Grove, wer denn? Ich... Wie viele sind denn Leute, Katz, bei der Korb drin eigentlich? Äh, hab'n grade nicht drauf auch gepasst. Entschuldigt dich nur bei Dante, ahja. Och, was ist denn das schon wieder? Wieso sind schon wieder Waffen dabei, die ich gar nicht aktiviert hab? Na, Digga, ich fick die, die sind Wolf-Dietiger. Woher kommt dieser Typ? Warum ist die PDW wieder aktiv? Ich park' Auto auf dich, auf deine Leiche, alles gut. Nein, eine Friste. Der Typ kann nix sehen und kommt jedes mal wie so ein Pleptiker. Ey, ich park' jetzt auf deine Leiche, ja. Ich brauch' nur noch 30 Kills, dann bin ich plus KD, war. Ah, krass. Ich noch nicht 077. Na, jetzt halt danach. Wer weiß, dass der sich da einfach abfuckt. Wolfi. Ne, der ist bei Dings. Bei Dings. Achso, ne, grad war nur einer, ähm. Ah, der hat schon wieder 340 Token, wo kommen die denn alle her? Das ist so sauber. Ja, ich hab' dir nur in seine Tasche verstanden. Ich bin eine Minute da, fahr' den Wagen nach vorne, alles gut. Komm' mit. Wenn, immer wenn ich traurig bin, trink' ich einen Korn. Der will nicht einsteigen, ne? Der hat gar keinen Bock. Digga, steig' doch einfach ein, die ganze Stadt. Das Auto erstmal hab' ich schon anzugucken, Mann. Du bist bei mir eingestiegen. Ja, bei mir dauert er immer gefühlt 100 Jahre, ey. Oh, 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 oh. Gott, er ist der SDAG König, alter. Ach, du sag' ich'sa. Hallo. Ey, Crips, Crips gehen wieder zum Casino, Leute. Passt auf. Aber, äh, sag' mal, habt ihr grade das schwarze Auto gesehen? Na gut, jetzt ist wieder bei mir schwarz. Dann, wenn ich irgendwie fahre, krieg ich irgendwie so einen anderen grünen Ton. Du hattest grad'n schwarzen Camacho. Ja. Vorher war das irgendwie irgendwie so eine Spezialaktion, das hab' ich wieder entfernt. Das sah irgendwie so scheiße aus. World of Jericho. Weh, du ziehst mich jetzt raus. Kann sein, Bruder, ehrlich, ich kann nicht laufen. Ja, das du noch? Aber warum passiert das? Kann mir das mal einer erklären? Weil wir gleichzeitig drücken. Ach, das ist doch scheiße, Alter. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Apropos Korn, Alter, ich hab' mir Desperados geholt gerade, Alter. Oh, hab' ich auch Bock drauf. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Desperados. Corona hab' ich halt überhaupt mehr, aber ich wusste. Corona ist gut, Digga. Du, immer wenn du stirbst, ne? Immer ein, ein kleines, äh, Gläschen Desperados. Ich hab' keinen, keinen Kasten geholt. Ohhhhhhhhhh. Ich hab' nur einen halben Kasten Kilpi hier. Was? Ich hab' gesagt, ich hab' nur einen halben Kasten Kilpi zu Hause, glaub' ich. Der Korn, Seikamatsu steht hier in der Zeit drinne. Ey, ich hab' mich nicht so gut. Mit Dorni zusammen. Kannst du mich schon sehen, Dante? Ey, Leute, ich muss euch was erzählen, ne? Ich schwör' bei mir wird so die Kamerschelle rein drücken, ne? Da war, ich war grad unterwegs, ne? Und da war einer im Rollstuhl, ne? Und dann hat der irgendwie mit seinem Kumpel gequatscht, ne? Dachte, ey, es gibt auch nichts schlimmeres, äh, als hier essen zu gehen oder sowas, hat der gesagt, ne? Und ich glaub', ich hab' ein bisschen zu laut gesagt, was ich gedacht hab', hab' mir gedacht, doch, im Rollstuhl sitzen. Oh mein Gott. Oh shit, die hat er. Oh, der war richtig schlecht, ich hör'. Och, Alter! Da war schon der rote Bereich! Jo, hab' mal gewinnt. Dann lass' mal kurz Gas geben. Ey, ich fahr' kurz alleine, ja. Ich geh' kurz dann noch zu Tuna danach. Nein, gefangen zusammen mit dir. Ja, okay, oder so. Aber ich wollt' den Wagen mal eh testen, hier, den hier. Warte, du fährst, der immer das ist. Krass. Ich geh' mir so'n super Sportler. Immer wenn ich traurig bin, tränk' ich einen Korn. Ich hab' heute, ich hab' jetzt insgesamt seit in zwei Tagen 60k Metallschröpfer geschenkt, ne? Ach, okay. Wer nicht? Ja, wer hab' ich leider nicht gehabt, Mann. Ich glaub' einer hat, ich glaub' äh, ein Krip hat versucht, äh, einen Ball-Life zu vdm. Ich hab' dort geritten vorgehalten, grad. Ich hab' dort geritten vorgehalten, grad. Ich hab' dort geritten vorgehalten, grad. Ich hab' da so'n Neclaring-Verschnitt. Ja, dann was war' eben los, ja. Oder, warte, ich bin richtig am hängen. Ich auch. Äh, Jureko, fahr' mal, ähm, zum Dings, zum Tüner, bitte, ja. Ach, da ist'n T20. Was ist das jetzt? Ich glaub' nicht. Weeeeeeeeeee! Den hatte Ming-doch damals! Hm, ja, schon, schon. Den hat es sogar von dem! Ey Patron? Ja? Wann bist du morgen da, online? Mh, denke, warum? Keine Ahnung, Kien hat gesagt, der kommt morgen vielleicht online. Ja, denke ich. Ja, ist okay, passt so. Oder wie er Angst hat um sein scheiß Auto, Alter. Ich sag ein Auto, Alter. Ich schwöre, ne, bin ich dem morgen... Passt ab! Mach mal eins, du musst es ablecken. Airsoft Keks hat ein Bad-Wort verwendet. Airsoft Keks, Alter. Jo, wie viel willst du denn haben, Pulsie? Wie viel brauchst du? Ja, immer nur 250 geben. Hast du dir gerade einen Bart? Ja? Das ist sexuell an. Hat dich, ich gebe dir so Vertrauen oder so. Der hat dir jetzt 300 gegeben. Was? Was? Ja? Ja, ich hör dich. Was? Ja, ich hör dich. Ja, ich hör dich, man. Was? Ich hör dich. Ich hör dich. Ich hör dich. Ich hör dich. Man hör dich. Man hör dich. Alles gut. Der sagt dem Plepp mal, ich hab dir die 300 geschenkt. Dann soll ich verpissen. Ah, Digga. Was heißt den Deal? Hä? Nee, das ist ein anderer, Digga. Achso. Ja, Digga. Ich werde Slack nix. Der Sami fragt, ob der noch irgendwas haben will, bitte. Oder irgendeiner von euch. Oder was, jetzt dein Problem ist. Digga, brauchst du noch was? Oder? Digga, kommst du klar? Kommst du klar? Ja, nein. Vielleicht. Der weiß glaube ich jetzt gar nicht, was er machen will. Er ist absolut überfordert. Ich kriege erstmal ein Mesium. Ja, geht einfach jetzt. Perfekt. Besser ist es. Warum steigt denn der nicht ein? Ich hab Chewbacca gesagt. Ey, wolltest du nicht den T20 tunen, Patron? Ich war doch nicht meiner Bruder jetzt. Ich hab keine Fahrzeugteile. Da links sind welche. Da links sind welche. Ey, da links sind welche. Kannste machen. Wo? Rechts, Digga. Bist blind, Junge, Brille viel, mein Junge. Hä? Junge, du fischst du hinter uns, Digga. Bist du blind? Ja, Digga. Er ist doch da. Achso, da. Du kriegst dann. Jetzt gezogen. Hast du life? Hör, nein. Ich bin 1 AP. Du bist down, Junge. Ey, Boys, ich hab dir grad komplett hops genommen, ne? Ich hab Prey ASF für 14.000 meinen FURIA verkauft. Ja, aber doch nicht. Der letzten ist auch ein FURIA. Der kann man sich doch immer wiederholen. Die würde ich noch mehr als 6K für den Dreckswagen geben. Sind die doof für den? Du kannst den doch immer wiederholen. Ja, ich find den auch geil, aber... Jo, ich rede direkt an. Das sind meine Teile. Nimm mir die jetzt gleich, Digga. Du holst. Jo, Rem, hey, du bist auch wieder da. Was geht ab? Spam so? Eh, Digga. Das glaubst du gar nicht. Spam gerade zu, eh. Ey, na? Ey, no, digs. Ey, wird so gespammt, Digga. Oha. Ja, dann halt nicht. Okay. Schmack dir nicht daran. Das kündige ich. Na, warum? Weiß ich noch nicht, überleg ich mir noch. Haha, mein Arsch. Haha. Aua. Hey, noch nichts? Ehhh, ja nichts. Hast du kurz Zeit? Ja, klar. Ähhhh, kann man hoch. Sag Passwort. POS war nicht so toll. Hä, wo ist der hoch? Hä, wo ist der hoch? Hä, wo ist der hoch? Digga, macht doch die Augen auch dummisch scheiße. Bremscott hat ein Bad-Bot verwendet. Echt? Wie kriegt man das Fadenkreuz da so hin, wie Jess, Digga? Hm? Ey, warum läst er kein mir? Äh, kannst du immer die Einstellung um, äh, umändern. Mit dem Fadenkreuz. Aber ich bin vom Fadenkreuz wieder weggegangen. ReShade, oder wie das heißt. Das ist, äh, über ReShade. Ja, genau. Ja, ich hab auch ReShade an. Das kann ich ja machen lassen. Nee, das war über dieses Logo-Manage scheiße da. Da kannst du einfach, als wenn du einfach so einen Firmenlogo auf deinem Pixel oder das hast. Hast du halt dieses Crossair da? Ja, voll geil. Der Digga, Jericho, plühen das du grad, oder ich? Du, ich mach nicht. Ich brauch's nicht. Ah, nice. Danke. Na, denke doch. Du hast, äh, bei der Bord verwendet. Kann man hier mal ein bisschen auffällig machen. Was? Ja, du Wichser. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha noch nicht gleich da Pfeife? Welch Pfeife? Jan! Was nehmen wir mit? Jo den ficken wir, den ficken wir Nein, du bist noch neben Sam Nein Er sagt doch alter, ich seh doch wo ich... Nein! Ja du saß doch bei mir im Auto deswegen Nein! Ja ist so gut jetzt, Mann Digga Ute Papa Ute, Papa Ute Raffine, Raffine, Raffine Raffine, Raffine, Raffine Ist nicht erlaubt Du ich treff den nicht Ich schwöre ich treff den nicht Junge wo fährst du denn? Ich gehe Ja, Digga, man, dieser Scheiß Wagen, Digga, der ist nur trash, man Oh, der ist so fucking trash Ja, Bruder, ich bewege die auf der Scheibe Ja, Bruder, ich bewege die auf der Scheibe Ja, wegen mir vor allem Ah, ja Bruder, hol mich mal Ja, Alter, wer ist? Die sind gerade auf uns, komm 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 Ey Bruder, ich muss auch bis jetzt ziehen Ich muss auch bis jetzt ziehen Ich muss auch bis jetzt ziehen Scheiß, Digga Scheiß drauf Aber ich kann ein bisschen ballern Warum nicht? Passt doch Ja, tschau, Bruder Wir holen jetzt nochmal auf Ruhe Ruhe Ruhe, Einzelchat Wow Yo, Cutters, Cutters, Cutters Oben drauf, oben drauf Wow, ey Oben auf dem Dach, jo Einen hab ich auf dem Dach Ist down, Digga, nice Rechts auf deiner Legs Ja, ja Habe ich auch Einer da Oh, muss noch einer sein Oh, muss noch einer sein Ja, unten rechts noch einer Oh, einer, ey, rechts Rechts hab ich Rechts hab ich Einer auf Dach, auf Dach Ah, Digga, dieser Louis, alter Digga, wo die Scheiße und der auf dem Dach Er ist auf der Treppe Er ist auf der Treppe Ihhh, Digga Direkt wegkicken Kannst auch nicht durchschießen, ne? Ja, nee Kannst vergessen Kappa Oh, der wird jetzt so anders weggebrettet, Digga Ich komm echt schön von hinten rein Oh Bin ich bei Patron, ne? Ja, ich wie bei deiner Mom, Digga Oder so, ja Wenn dein Vater dann kommt Bei dein Vater auch nochmal Aber nicht in die Augen gucken Und ne Homo sagen Ja, Digga Nur der Gefick bin ich Hahaha Jetzt glaub ich nicht in die Augen guckst Und ne Homo saß da Das ist entspannt, Digga Oh Baby, Alter Ich hab ein Problem hier Ich bin hinter dir, Sam Ich bin hinter dir Ich bin down Ah scheiße, ich seh grad Ja, zu spät Aber ist hier jetzt generell ein Rage Update oder was? Ja, ja, ist generell ein Funktioniert State überhaupt noch? Ähm, ja War hat der auch State? Ich glaub schon, ich war nicht ec bis jetzt Ich war nicht ec bis jetzt Ich spiel immer noch Welche Gang seid ihr da? War die gute Gang? Gar nicht, bin bei den Cops Wir waren Bei den Cops? Dami, komm mal hoch Einen über mir Und dann Rightpeak hier Ja, Bruder, reicht doch einer da Alles gut Einer kommt von hinten Tumma dich an um den hinten Sniper? Na ja, easy Bruder, ich kann nicht laufen, Alter Bruder, ich bin verstauen Digga, die Sniper macht ja null Schaden, Digga Ach, einer ist schon close unter der Treppe, Jungs Ja, der hat mich schon Logan OG ist beigetrieben Ey, können wir den gleich nochmal zurückverteidigen? Ja, klar Sonst können wir gleich, wenn der Ende ist Also, wo ist Papa? Wie bitte? Ich bin hier Ich bin neben dir Ich bin neben dir Ja, ich wollte Der Sniper macht ja mal Anders null Schaden, Junge Und den Und den will ich auch haben, Alter, ja Den zu holen ist ja kein Ding, aber nicht zu tun, ne Oder gibt der auch gut Sünder ohne Tune? Ja, Chocolat oder wem? Ja, ja Ja, ja Ja, der tut ganz gut Kann dir auf jeden Fall aufgeholt, ne Schönes hier Geh hoch Hähn Da hätte ich aber dann noch so einen Haufen befestigen Was? 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 Auf dem Dach mit zwei Stück Auf der anderen, andere Treppe kommt auch einer Ja, die campen sich da in Ass ab, Alter Ist ja traurig Ist ja traurig Aber keiner hier in der Hood war Ah, hier in die Gegend Ja, die kämpfen sich da in einen ab, ne Ich hab ein Ja, gut, der war gut, der war gut, der war auch noch vorher Er hat mehr wieder gemoved Ich hab, äh Hab, äh, Dings auf Katzen gemocht Geh hoch Oh, das warst du, sorry Digger Oh, das war nur nix wieder Ich hab dir grad Feuer gegeben Nein Fahr mal hinten am Dach lang Ja, ja, mach ich Da ist einer unten Fick den Bruder, ich lieg am Boden Egal, der ist down Steig wieder dahinten Das ist noch einer Boah, ich bin OG, der ist auch da Natürlich komm belastend, ey Das laufen einfach scheiß auf Ich geh mal hinten raus Ja, wir kommen auch Ey, dieses OG ist sowieso ein Klar, gibt mich nicht Man bekommt ja nichts Ja, genau, man bekommt ja nicht mal was Ich bring den einfach um Ey, gerade Casino hat gar nicht gelohnt, ne Ich bin jedes Mal gestorben, ne Ich bin, äh, richtig weh Ich bin, Casino und so'n Scheiß kann man gut morgens machen, oder so Oder so um 13 Uhr Nein, den da Jetzt geht auch Bei allen, äh, eins mit eins protesten, die Schützer Die sind wieder, sind wir alle weg Ey, wir haben echt noch aufgeholt, gut, ne Jo Ich will, dass wir nur 10 Punkte hatten, die schon 800, Alter, ist schon lustig Boah Da kommt einer hoch Ich hab, ich hab den Engel alles gut Kasse? Ja, ja, ich bin einer hoch Dann kommt einer bei mir hoch Ja, ich bin down Ich bin down Ich bin down Wer hat mich jetzt durchgeläsert, welcher Mäd, Digga Ich heil mich gerade Bruder, ich heil mich gerade, Alter Mann, ey, der holt alle Wie habt ihr den gehalten? Wer war denn da noch oben am Dach, Alter? Der ist der schlechteste Spieler der Welt Ich hab mich extra geheilt, weil ich mich auf das verlassen hab, Alter Der kommt gar nicht gewinnen Ihr hört sie da mit sein Pass auf, die Der nächste Kill wird noch besser Der Bitter Agro immer einen Korn trinken und nicht vergessen immer schon ein Snickers essen aber dabei war ihr also ausrastet ich weiß nicht mehr ob ich das Kurs her von Jürgen von Dings besser finden das Volk schon geil aber tötet ihn was er kommt aber auch besser wenn ihr alle auf Ausrasten seid ist einfach ein Snickers ja ich finde ja ist drauf aber es ist schwer drauf da drauf zu sein aber wenn ein Cross hast so ist es ich finde es mit dem Cross finde ich einfacher zu AIM und wenn man mit dem Punkt schon gut AIM kann und dann Cross hat die gleiche noch ein 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 also finde ich muss man schauen wie das geht weißt du wie es geht so wie mit den Pfannenkreis das ist nicht so leicht muss ich auch noch mal ein Video gucken ich wollte halt auch mal machen aber ich hatte Angst hat sie bei Steak nachher rumholen wenn ich da drin hab wer schießt mich ab ich war das auch zu sehen ich war das auch zu sehen und dann hätten wir dann die beste ziehen mit der mein Ding, hab ich dich echt gehatet? ne, das war jemand anderes wow, ich hab crazy eliminiert jetzt muss die Zone neben Jungs unten ja, wir müssen die Zone nochmal nehmen ist einer der hat Pop da noch? ja, da kommt Nolix na, Digga, warum nehmt ihr nicht die Zone? oh, schießen die mich ab, alter! die überriss Dach vielleicht? ich krieg's aber richtig jetzt aber ich war so schnell down ich weiß nicht, ob der eine Baruka hatte oh ja, der checkt ja auf dem Dach, Digga wo denn? auf dem anderen Dach, oder? ja, genau, wie gesagt ich hab mal auf, meine Fahnen sind zu gepickt, Digga da musst du ausspielen jetzt, ne? was muss ich? ja, es ausspielen, dass du jetzt ein Badenschmerzen hast nehmt einer die Zone? ja wo ist der denn? gegenüber um das mit da keine Ahnung wo, Bruder ich seh ihn auch nicht dazu am liebsten würde ich den so beleidigen, ne? auf der letzte, Alter, alles wünsch ich den alles, Alter Bruder, weißt du, jetzt denkt ihr, der ist krass, Bruder weil der irgendwo steht, wo den kein Schwanz sieht äh, komm mal runter vom Dach hier, ich komm hier nicht hoch ich hör hier schon irgendwie ne Compilation von ihm auf mir zukommen ja, er ist down, er ist down, er ist down, er ist down wo liegt denn, ich fahre mit ein Auto drüber du, Reiko, warum nimmst du nicht die Zone wenigstens kurz? bin ich doch, oder nicht? jetzt, ja, let's go, jetzt geht's jalla, Digga, ich bin doch auf dem Dach, Digga meinst, ich renne jetzt auf dem Dach eigentlich nicht, ich renne jetzt auf dem Dach ich regne mich, ich freu mich, wie sieht's aus ich sag Sie Kunt die nicht mehr die Leiter hoch, Digga, was sagst du Oh, jetzt komme ich mich gar nicht mehr runter, oder was So, die kommt schon, die Grippe, sie kommt einfach so, da hab ich echt mal mehr dennl nirgschrochen, alter die ist da, um die Waffel Oh, die sind ja auch mal aufgeladen. Oh, die whole Sniper. Ich bin ja auch mal aufgeladen. Kiezi ist schon wieder äh gekickt worden. Ach, da ist einer von uns. Sorry. Oh, hier ist Braun, Digger. Braun macht Bank, Digger. Die Tasche hol ich mir. Die lass ich nicht schwecken. Hey, wir müssen in die Zone, Alter. Wir sind gar nicht in der Zone, oder? Doch, doch, klar. Zu spät. Snap auf den Dante. Erhol doch deine Tasche. Uschi, Alter. Du kleine Gottverdammte Uschi. Junge. Wer sind das Whitebeer? Uschi. User, join your channel. Hallo Memo. Wer ist wieder da? Weiß nicht. Memo mit 18 Us. Ey, 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 ey. Das ist Vorsicht, da ist einer. Da ist einer. Bis dahin. Hat Benno kein Team Speed. Das ist der hier, der und der. Das ist der hier, der. Das ist der. Das ist der. Das ist der. Das ist der. upgewechselt. Ich hab drin. Und ein. Äh, ein von einem. Das ist. Das wurde sichgeholt. Wiestes tut. Hier vor der Bank. Weiß ich nicht. muss er sein film reingucken hinter uns am haus es liegt auf jeden fall der hat jetzt ein chapea der ist da der ist da der hat kein e-mail ach ja klar ey bruder was hat der für ne waffe ey was hat der für ne waffe vorwiebel was das denn gekillt ey bruder das war anders schnell ich spiel da auch mit bei äh die kommt von hinten am doch hmhmhmhmhmhmhmhmhm ba da ba 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 um chika wa wa was ist denn wir gehen wir wieder nach vorne oh digga wo kommt er denn her junge bei dem hier äh warte ich hab ihn gleich der beste spieler ach schade bei dem hier strommasse was ist da ist das einer beim kammer schon unten unter dem doch bei dem direkt ersten stromding da das dach ist halt anders aufwischen aufwischen Die hat mich angeschossen. Ach, da. Die checken nicht net up, wenn die außerhalb der Janks sind. Wer ist jetzt weggegangen? Ja, Digga, ich hab keinen Bock mehr auf Dach. Ja, komm doch zu uns runter, fighten doch mal. Ich bin jetzt down. Ach, oder die schießen mich kaputt. Einer steckt gegenüber auf dem Dach, Leute. Von das große Dach. Ich bin auch down. Oh, wir sind alle down, die kriegen viele Punkte jetzt. Wollen wir mal aufkauen. Was ist Ihr, Jubi? Wo seid ihr drin? Welche Gang? Ich bin Grove. Grove drin? Oh, ich bin sogar drin. Wie Grove, die sind alle Bolas oder nicht? Digga, was für AfD? Hä, what the fuck? Was? 1 zu 1, oder? Ey, da sind richtig viele, Mann. Auf der Brücke, richtig viele. Wo seid ihr jetzt? Ja, immer noch da am fighten. Äh, bei uns an der Hood. Da ist doch diese Brücke. Ja. Kann kein Auto auspacken. Ja. Da ist das Team Gegner? Nein. Ja. Oh, Nullix, ich bin unterm Reifen. Ich bin auch unten, Leute. Ja, komm runter. Ich bin unten, ich bin hinter dem. Die checken mich nicht. Achso, ne, der ist Dante. Ich hätte gesagt, du bist hier im Haus, alles gut. Willkommen. Äh, dieser Typ auf dem Dach da oben, Mann, der kämpft dich einen ab, da. Auf das kleine Dach. Kann jemand vielleicht AfK machen oder Platz? Äh, ja, kann ich machen, warte. Äh, Sekunde, schlecht kill. Ich bin dauernd schon, bitte. Ich mach schon. Yo, bin AfKa. Ehren, komm. Oh mein Gott. Legendary skin. Oh mein Gott, dante. Das ist so schlecht, ne? Wir kriegen so am Sack gerade, ne? Das macht mich so salzig. Scheiße, komm. Ah, komm. Herfadäusch, prallen. Das macht mich. Helfe ich berufen. Ich bin anhand. Der passt ab. Ich bin ein Stück. Ja, ich bin ein Stück. Ach komm. woher woher und wo hast du englisch gelernt ja was ist das für laserstrahl oh ich bin am schreiten äh laserstrahlen das sind die neuen Gangfeilgebiete also hier äh für die Gangs die nicht in Gruppen sind hinter euch hinter euch Bruder ich glaube ich muss raus ich werd so salzig gerade ne ist ein Snakers ne Bruder da hilft kannst du kannst ne Alter ich box gleich mit dem PC in die Mitte durch haha was so stammst du ne ich feier den neuen hit ich feier den neuen hit äh damage stinkt ne ne Benno ist er da und unten? ja Benno ja Benno Benno nimm ich mit ihren Benno ist er im Test? ist er im Test? ist er im Test? ne oder stopp lass mich schnell ach man ja Digga schimmel oben auf sein scheißdach danke der ist gegenüber am Dach wieder Leute Digga Memo ich muss ich erstmal leiser machen ja äh was du bist totes laut bei mir ich mache ja mir du bist du bist du bist ich weiß nicht was dein Problem ist du bist du dabei du bist du dabei der der du bist du bist du bist du bist ja wer steht einfach bei der aufeinander zu knutscht euch gibt euch die hand er hat er ich schreibe ja die erhebungen das war ja du er hat uns recht gesehen komplett am saket das ist der größte was sag ich mit benno ist die dumme sollte im teamspeak nein also ich habe nichts gesehen ist das ohne unsere zone dante das ganze da kann eigentlich jeder der auch keine gruppe hat hingehen ja du nolix ich war lange nicht da hat sich viel verändert deswegen habe ich gesagt ach man die ganze wieder dieser tippe man sieht ihn nicht ist ich habe ich ein alter mann ich hab oben vier schiffen holen nur zwei oben jaja gameschling ich kann ihn nicht hitten der hat schon auf alles gameschling hat jetzt schätze sagt mir den namen ich weiß schon wieder nicht bis später leute ja was ist denn das 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 ist ohne an der stelle aus dem dach wo du halt von unten nicht sichtbar bist und nein nicht mehr kann man sich um die runter bekommen Prozent der Klamotten wie gesagt man so er wird es im Weibschadepern Digger, ich drücke F4, ich krieg schon wieder Autismus. Kommt man eigentlich hinten noch hoch, Nullig? Also hier? Naja, nicht komplett. Aber der ist halt hier vorne auf diesem einen. Hier vorne. Da hat es da. Siehst du? Ja, ja, ok, ja, ja. Jemand von euch tausend Halt zur Teile für mich. Ja, Trapid ist dead. Ich hab ihn gut gehittet, sauber Nulligs weiter. Ja, ich werd halt nochmal einfach hochgehen, ist halt richtig schlecht. Wird auch nicht mehr runtergehen, oder was? Nein, ich bin zu fett dafür. Ich hasse dich, Twice. Aber das weißt du, ne? Alter, Twice ist in dieser hätzlichen Kack-Ecke, man. Das Ding ist halt, der right peekt halt hier oben so, dass es aussieht, als ob wir ihn nicht sehen würden. Ist halt so bad. Dann da unten sind zwei. Oh mein Gott, ey, we're hit. Ja, Rex Q ist da, Digger. Er lasert wieder von einmal alles um. Ja, von ja. In einer Sekunde lieg ich, Alter. Genau, Alter. Wie mit 3.000 Ecke ist. Weißt du, dass mein Barton ist so. Heckt mich am Arsch, Alter. Wollen wir dich zugespampt, Mann? Aber soll ich was sagen? Ich hab das Gefühl, dass alle hier Weibachs haben alleine. Wollen wir das für'n Zaun? Keine Ahnung, Alter, ich weiß das selber nicht. Ich sag, ich bin gerade gestorben. Ich hab das Gefühl, ich bin der Einzige ohne Weibachsar. Und Remo, und BMO. Was ist das? Oh, der ohne Weibachsar. Ach so. Warte mal, eigentlich hier ist der VD am Verbot, ne? Ja. Oh scheiße, Alter, ich... Hast du überfahren? Ich kauf, äh, 1.000 Fahrzeugteile ab. Kauft jemand von euch. Was? Ich, ich kauf auch welche, Bruder, wenn du einen findest. Ich hab 200 Fahrzeugteile. Ach ne, der hat keiner mehr. Ach, der hat noch um wieviel fahren? Ja, wie haut der Dieb da her? Der hat gestern an iGamer 7200 verkauft. Der hat mit... Der verkauft die. Der verkauft alle Fahrzeugteile auch von BMO und so. Kommt mit Casino, ist noch voll mit... Äh, Entschuldigung, Bank. Ist noch voll mit Taschen. Und der Such. Und der Such. Down is down. So, ich werde ja jetzt nicht haten, so. Ah, ne. Ihr belastet es in Ernst durch. Oh, mach Remz. Wünscht AP mit mir, ne? Das ist auf jeden Fall, dass ich jetzt immer auf diesem freudigen Dach bin und jetzt... ...alle abpacken werde. Warte, welche Streak ist das jetzt? 6er. Wer hat Aufnahmepflicht? Dann hast du... ...200, 400 Fahrzeugteile. Okay. Der Flicht ist gleich für dich. Oh je. Ich brauch gleich für meinen Furia. Den will ich aufziehen. Ich hab'n Furia. Ich auch. Token oder Donator? Hm? Welche will... Also auch. Hab' ich auch. Aber so schnell ist die Karre auch nicht. Sieht aber geil aus. Patron. El Patron. Nö. Aber jede gefunden hat echt gefühlt ne Weibertschau, ne. No. Ey, mal das mit teilen! Na ich bin , was ist ne envelope still nicht? dass die Hälfte der Kassität hat haben die Fahrradtür verdient auch der Gapik Rami erzog geschafft ich weiß nicht wo man die Welt hochkommt Kiki wie was sagt ihr wie er holt mich noch was er holt er holt mich wird aber wie hat das gemacht das Patron Amcar so eine Runde mach ich noch mal bin ich weg Jo wer ist geraged ich mein Bruder auch da steh ich beide gleich an ich hab's gerade gesehen ich hab ihn da fast weggefallen Sam ist aggressiver und der Patron nicht so ne ich bin normalerweise auch gut abgefuckt bei bei Ravive bei GTA jetzt bin ich ganz gechanged den gehts eigentlich ich hab's auch ein bisschen ich weiß nicht ob wir Rainbow Six ja er ist runtergefallen er ist runtergefallen ich bin oben er ist down er ist down ist noch einer ja hier sind drei stück oben digger ja es sind drei stück oben das gegenüber auf dieses dach gehen ok weißt du was ich meine das große das große ich ziehe aber alleine jetzt homie hey du kommst jetzt noch einmal mit ok komm einmal geht noch einmal Duell geht noch komm 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 zum Abschluss muss immer ein Duell machen ne ja das stimmt nicht vergessen ne fahr fahrlodig es muss echt los es geht zu spät sonst ja oh ist schon boah ist sogar meine Waffe eigentlich früher nicht nur gespielt habe beste Waffe was denn im Zeitraum bin der Empathie ähm Memo ist nicht wir haben keinen Kali Cartooner hast du passiert? äh wurde einfach so weggenommen hab auch keine Nachricht aufgezogen nice was? ich hab auch keine Nachricht bekommen im Forum oder Discord nice ich hab keinen Bock auf die Cutten Tome Bier b wenn die nachdenken war der Bewerbungen der Landkoppel das das und guten Rutsch der guten Rutsch Eurendon wir kommen nicht ab in den Kopf was als man jetzt muss man das sind ja du bist auch so ich gebe ich bei jemals der gast die hat uns aus jetzt mal oder wir müssen zu groß aber muss ich nur ficken das ist ja auch der Dach sind auch drei Leute die ich bin halt anders wohl ich meine wenn ich bin ich auch empfiehlt die keine ahnung etwa die piken des todes zu dritt am dach das muss man checken weiss ja hast du sehr viel geld hat gar keins kannst scheiße ich habe alles investiert in aktien fahrt dein ernst er hat mit kohls aber manchmal zu üblich die plus grün hat damit eine millionen plus gemacht ich habe damit jetzt 70.000 plus gemacht das ist doch gut und ich habe eben 130.000 ausgegeben habe für den einen idiot kamaschu gekauft bei uns auf dem dach sind selten zwei leute gewesen und auf dem anderen dach auch nein ah ne das ist nett hier oben war eben noch rsb los santos nein ich dachte tatsächlich habe mir das einmal wirklich kürzel hätte geklappt das ist das denn er wird so gelasert alter holy shit machst du oder ich ich habe ihn so gelasert den wager sommer ja er hat mich auch weg gelasert mit kanon was ja ja durch wie er vorher schießt digga du mother fucker digga ich liebe diese waffe die muss damit erhöht werden alter ich habe bock so wieder die zu spielen welche die zeit haben die mensch hat und fahren wieder im kathol aber in einem kathol sogar ich habe so bock anstatt wie nur pulper 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 ist langsam zu ich habe von wo ich drauf kam nur kann bin am kathol gespielt weil ich nicht wusste das wohl verpuffen was wird sie jetzt nicht gemacht bis auf pulper egal ich spiel trotzdem den Namen von K2 der Zettlose so leute, ciao, ciao, viel Spaß Jungo, ciao, ciao Jungo, ciao Wow, jetzt kommt der Varagos-Fankman Alter, guck mal was Guldi reingeschrieben hat Ja, also Wolf, der Junge, der ist so ein frecher Wichse, das ist unglaublich, ne? Deshalb wurde er auch nicht als Mod angenommen Oh, der ist jetzt auch noch ein Dach Genauso wie Sancho Oder so wie Wolle Huch Ah, die Schnauze Huch Werbung schreiben lassen Nur Leute, ist gar keiner Toxic Nur Wolf, der fucking NoName chattet jedes Mal rein Kein Mensch hat mit dem geredet, der redet Aber er doof ist Wer redet überhaupt mit dir, NoName chattet Du gerade Wer redet mit dir, Abram? Äh, ich nicht mit dir, ich hab dich eh gemütet gleich wieder Naja Ja Ich will ja nicht hören, was du verheißt in den Waren zu, wo du fährst Ja, 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 Uschi Oh, der hat zu lang Nein Ich hab Trace Vor allem was machen der hier, der kriegt auch minus 6p des Grauens, der Idiot 2000 minus 6p des Grauens 2000 minus 6p des Grauens Kann ich jetzt nicht mal anmachen Also, kann ich anmachen, aber Für mich bringt das halt was, ich hab 144 maximal gecappt hat, ne Ja, das hab ich auch immer angehabt, aber jetzt hab ich sowieso keinen nicht mehr als 144 Hertz, weil ich einfach läuft, deshalb warum auch immer Aber Deswegen hab ich es wieder ausgemacht Komm, da ist meine Grafikkarte nicht so, also, er seh ich nicht überlastet, weil ich eh, ne Na Er zückst du in meiner Grafikkarte nicht, aber, ja, ich muss auch nicht sagen Außerdem hab ich eh nur maximal 188 und ob die 60 jetzt mehr oder weniger bringt eh nix Ja 120, 104, 143 komplett Von mir hab ich das Gefühl, dass jeder mad ist, kann das sein? Naja 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 Nein, ich mein jetzt so Wolfei und Ach, Digga, er ecknet den Schaum schon wieder Diesen Kotz, Alter Kotz etwas, Alter, jetzt schon wieder auf diesem Bach, wo man die Leute nicht hittet Wurrst du tot? Naja Oh, lass wir fahren da Naja Ich fand ja gar keinen Spaß da Aua Und was ist mit Remove? Kommt der auch noch? Weiß nicht, der war gestern auch nicht, da hat er gar keinen Bock auf Revive gerade Der ist aber online, aber der spielt Ich weiß, dass er derzeit keinen Bock auf Revive hat, ich weiß nicht Ja, der spielt gerade, aber der ist nicht Team Street Achso, ok Nein, ich hab mich nicht gelesen, weil ich nur toxische Sachen sehe, von Wolf oder von Anderen Ja Na, das bringt ganz kurz mehr aus Aber wir hatten das abzunehmen bei Jazz Das ist ein langes Spiel Eh, Logan, du bist unsichtbar Haya Nolux, ne? Da holt er sich die Shataro Haya Nolux, ne? Haya Nolux, ne? Das ist ein langes Spiel Es ist ein langes Spiel Waren das alle Taschen? Hallo. 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 Ja. Ja. Man könnte zu mir sagen, ich bin der größte Irrenmann. 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 Und Dante, wie geht's? Erzähl mal. Wie geht's überhaupt dein Kochtopf? Kochtopf? Ja, der hatte gestern was angelastet, glaube ich, auf der Herbstplatte. Der hat ganz schön gefeift am Ende. Er hatte ganz schön gefeift am Ende. Er hat ganz schön gefeift am Ende. Er hat ganz schön gefeift am Ende, dass er auch ein Kochtopf hatte. Er ist eine Lache. Er ist ein Hammer. Okay, ich glaub hier nicht schön. Naja. Boah, das ist ein Wah-Kos, Dicke, wuppa, Dicke. Also ich schwör auf alles real tricy, mit der hat Posys. Oh, ne, Alter. Boah, Jungs, ich bin gestern draußen gewesen mit meinem Cousin und ein Mädchen ist uns gefölkt, gell? Ein Mädchen oder dein Mädchen? Ein, ein, ein Mädchen. Und das Ding ist, warte kurz, großer Hammer? 120er-Pil da. Lohan, Junge. Das Ding ist, das Mädchen hat die ganze Zeit meinen Cousin angeguckt. Ja, und du hast sie dir geklärt. Nein, ich bin schon vergeben. Ja, an mich. Nein, an die Schwester von dem Mädchen, was euch hinterhergelaufen ist. Ne, 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 aber ich bin mit der Ex-Freundin von meinem Cousin, gegen ihre Posine zusammen. Ah, das ist ja erinnter. Ne, 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 auf jeden Fall, sie läuft uns hinterher. Wir sind leckerst gegangen. Sie läuft auch hinterher. Ja, hat sie... Channel switched. No, sorry. ... ... Vielen Dank. 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 Uh... ... 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 Was ist das? Was ist das? Sehr gut Nice 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 Wow Du hast ihn. Dritter Platz. Ha! 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 Das war's. Okay. 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 There is one in there. How are you going to see? Okay. Oh, no. Ah, no. Das war's. Oh! Very nice! Nice shot! Very good shot! Very good! Very good shot! 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 Oh, oh. Okay. 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 Yep. Okay. 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 Way to go. Okay. 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 Hey, need some for me? Uh oh. Dude. Nice shot. Good shot. You got him. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Terrorists win. Oh, cold move on. I don't know. Das war's. ich habe einen Schweren mit einem Schweren Los geht's! Yeah, good kill, man! Yeah, good kill, man! Nice shot! Nice shot! Yeah, you'll never hit that bad, dude! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Terrorists win. Das war's für heute. 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 Oh wow. Oh wow. Oh wow. Nice shot. That's how you do it. Das war's für heute. Oh wow. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe es gesehen, dass die Fräume auf den Körnern geflogen ist. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.